Das kleine böse Buch. Der Autor ist Magnus Mist. Klingt fast wie Magnus Mist. Mist, Mist. Also Mist wie Mist und Mist wie mystisch. Na, ist fast das gleiche, denke ich jedenfalls. Es hat 116 Seiten und jeder ist ziemlich spannend. Nur ein paar Geschichten sind ziemlich unreal. Es hat wirklich viele Bilder. Zum Beispiel von dem armen Bub, der in der Zeit Streicher spielt. Zum Beispiel der, das hört sich nicht geil. Und ich glaube, mein Lieblingsstreit von Herrn, er überschwemmt die Schule mit Blubberblasen. Und dann gibt es noch ein bisschen ein groseliges Bild, das ich mir jetzt einfach nicht anschauen. Das Buch besteht fast nur aus Rätseln. Zum Beispiel, wenn ich lüge, ist dieser Satz dann wahr? Wenn ich immer lüge, ist dieser Satz dann wahr? Hm? Ich bin nicht selbst noch nicht drauf gekommen. Werde ich, woher ich war? Ich habe einfach ein Blästel. Das war mir jetzt ziemlich egal. Ja. Dann, ja, es sind wirklich viele Rätsel drin. Das hat man gerade gemerkt. Mitten in der Geschichte ist ein Rätsel. Ja. Ja, und ein paar Geschichten machen einem schon aus. Zum Beispiel wie der. Und die Geschichte ist ein einziges Rätsel. Das verstehe ich nicht. Ja, Hauptfiguren sind der Finster und das kleine böse Buch selbst. Das sind da die Hauptfiguren. Ja, so ist das kleine böse Buch. Wie geht die Finster noch? Der war da doch irgendwo auf Seite 20, glaube ich. Ja, schau. Der Kerl, da ist der Finster. Ja, der ist echt Finster. Ja, das kommt doch nicht in der Geschichte. Spannend ist das natürlich auch. Und ja, gruselige Mann. Ich meine, wie man es meint. Sterne gebe vier. Und das prüft ich. Und erzählt da wirklich gruselige Geschichten. Ja, wie der auch nicht. Ich habe schon die ganze Zeit Zeit gesagt. Und von der ich einfach nicht wegkomme. Und das wird einfach das böseste Buch der Welt werden. Bis jetzt schaut es noch nicht so böse aus. Ja, das wird probier und böse. Falls ihr in den zweiten. Dann zeig ich euch am Schluss im zweiten Teil, wie der dann ausschaut. Ja. Dann. Es gibt viele Rätsel, die dich springen lassen. Also du fängst nicht beim Anfang an und hörst beim Ende auf. Du machst es irgendwie. Also du hörst nicht bei der letzten Seite auf. Zum Beispiel da ist die letzte Seite irgendwo in der Mitte. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ist einmal egal. Ich lese euch einmal die ersten Seiten vor. Was das eigentlich euch mit mir vorhat. Hallo. Gut, dass du da bist. Schnell. Ich brauche deine Hilfe. Bitte. Kannst du mir helfen, böse zu werden? Ich meine, so richtig. So dass ich alle vor mir fürchte. Das wäre toll. Ich habe auch ein paar super Ideen. Voll gruselige Geschichten. Und fiese Rätsel. Was habe ich gesagt? Aber zuerst brauche ich jemanden, der mich testet. Also einen Leser. Als Opfer, verstehst du? Mit dem ich meine Ideen ausprobieren kann. Ja. Ein kurzes Rätsel war auf Seite 53. Das ist ziemlich schwer zu lösen. Ich meine, das ist ziemlich schwer zu lösen. Passt. Das war jetzt tot. Ja, das mache ich später. Ja. Mir hat es wirklich gefallen, dass es spannend ist. Einfach spannend. Ja, und mir hat die Geschichte mit dem Wurm gefallen. Das sage ich jetzt schon die ganze Zeit. Aber ich sage es halt immer wieder. Wirklich. Ja. Und es benutzt fast zu oft Schimpfwert. Aber das ist irgendwie lustig. Das Einzige, was mir wegfällt, ist die Kerker. So wie der da. Es gibt, ich glaube, achte. Und alle sind wirklich nervtig. Da kommt man nur rein, wenn man irgendwas falsch macht. Ja, ich weiß schon mal, mein Kerker. Ah, nicht zu wissen. Okay. Ja. Und wer soll es lesen? Jeder, der Lust hat, oder? Nein, es soll jetzt Spaß machen. Ja. Dann gibt es noch eins zum Zogen. Da sieht man jetzt einen Teil von Zwarra. Ja, ich habe eh schon alle so eins, zwei Rad, drei und extra Band. Aber ich finde gerade zwei Rad und drei auch nicht. Ist eine andere Geschichte. Ja. Und ich brauche noch das böse Buch. Das kannst du mir irgendwann, wenn ich älter bin. Dann das verbotene böse Buch. Kauf mir irgendwann. Und das böseste Buch aller Zeiten. Kauf mir vielleicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja. Passt. Das war jetzt. Danke. Das war jetzt.